KT1 BAM Och nö Wannos sind schlecht Weitgekommen Ich hab doch doch Manu Drecks Wannu Arschgeige Endlich Spawn Camping? Ja Mit einer mit der Maske Ja, jetzt nicht mehr, jetzt hab ich ihn Ich brauch noch 3, 2 Da fährt schon wieder ein Harry rum Also er ist mehr Wurst Oh, die haben schon wieder A gesaved Oh, von him Genau noch Was? Alter, ich hab vorhin schon ein halbes Magazin reingedrückt und Der hat immer noch, der hat immer noch das Schild verloren Alter, das sind einfach überall Masken, Leute Natürlich Ich hasse die Wannos Ich drück ein halbes Blitz Magazin rein und der hat immer noch Schild Jeder ist Wannos Was? Was ist denn das für eine Waffe? Die hab ich auch noch nie gehört Das ist tot Welche dann Zwei Crowder 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 where this was is mist Is die ganze sehr schöne Beschreibung Ich hab sie ja nur gehört, ich hab sie nicht gesehen. Also ich weiß jetzt, dass ich die Waffe zwar. Ich glaub die auch. Oh, das ist die Mechs! Das ist die Mechs gewesen! Das war ne Mechs. Das ist die Mechs. Schöne Mechs. Ist nicht gut. Boah, jetzt kommt der von hinten, natürlich. War immer von hinten, ne Wichser. Hab wieder einen mehr. Nun ist es! Boah, Alter! Ich dreh noch durch. Ich dreh am Rad. Ich dreh total am Rad. Ja, wie immer halt. Na, ich bin ja gar nicht mal so schlecht. 22,24. Geht eigentlich gut. Ey, ich bin grad auch echt gut. Ich komm mit der Mission voran. Ich hab jetzt schon 12 von 20. Ich hatte vorhin noch 6. Letztens mal hab ich da 2 Stunden für gebraucht für 4 Stück. Jetzt hab ich hier eine halbe Stunde für 6 Stück gebraucht. Nein, 17,17 KT1. Bam! 17,17... Och, nööööööö. Die Balance sind schlecht, Alter! HeBook geilig! Und wieder einen abgestaubt, der mir zwar nix bringt, aber komm, geschenkte Kills nur mit. Gib XP! Eben und es levelt die Waffe weiter. In der Witt hallo kann ich irgendwann Bom pokemon ge angeh immediately 100 ab ne. Ich hab die jetzt schon noch fast 100 Kills glaub ich. Ja, bei der Du brauchst ja nur 1000 Kills oder so. 1100 irgendwas aber ich habe schon 100 wie kommt man auf so eine schäpse zahl eigentlich keine ahnung ist kann ich mir auch nicht erklären weil sie wird sagen er hauptsächlich auf die tausendkills passt aber 1100 irgendwas da wir müssen weg verteidigen und ihr dann wird ja auch wieder rick ja wenn ich hier die der reich ist gemacht ich denke ich hab da schon sechs ich habe einfach nicht bei mir ja jetzt bin ich wieder tun weil sie ins handy gesprengt haben die arschgeil komplett karte versaut ist da verteidigen sich auch noch markus ist so als er heute hier wie viel sich über den link ja eben so viele ich versuche zum stocker spion mich hinten reinzuschleichen in den a ich hab nicht bei dem hier steht einer bis immer 2 mit folgern an der kreis ich hab noch reingeneigt von der jahr aber die anderen haben mich dadurch entdeckt hinter mir läuft ein spiel und greift mich an sein magasin geht leer weil der guck mal die krieg ich tot die scheiß Terraner aber die waren sie verrecken nicht es war ganz so geil für das der greift mich an und ich bin unsichtbar ne er verschiebt aber sein halbes Magazin schafft es darum nicht mich zu töten ich dreh mich um gegen zwei treffer mit raum und kanonen und messer ihn danach noch tot und er hat mich halt angegriffen obwohl er mich gesehen hatte und dann hat einfach so viel verschossen dass ich ihn töten konnte das ist auch nicht verkehrt kann er gerne öfter machen stirbt ja sprung in den tod oh das tötet der mich aber noch das mit dem kürbiskopf sieht einfach geil aus alter guter schon wieder dauernd ja ich bin aber ich hab noch zwei mitgenommen einer ist freiwillig von mir den tod gesprungen sogar aber es zählt ja trotzdem für mich wenn ich genug damage gemacht habe kriege ich ja den kill ja ja der stirbt lieber so als mit der Schande von dir getötet worden sein weil es ja trotzdem stürbt man da mal oben drinnen ja ja das war jetzt das ist das wollte ich mir jetzt angucken das Ding umstritten umstritten ach man das kannst ja gar nicht einnehmen wenn zu viele gegner drum rumstehen das ist kacke what the fuck ah geil BRTD mit den Lips alter was ist das ja wir pushen sie weg wir haben es ja wieder zwei kills aber keiner davon war wieder mit Helm wieder typisch ne ja die Vanus haben das nicht die äh die Taranen die Vanus sind besser ja ja die Vanus haben wir eigentlich alle in dieser Base gehabt was warum bin ich hier ich hab grad wieder zwei Stücke kill die keine Helm hatten ne wir haben den A-Punkt erobert ja die haben eine Spombing direkt oben drauf ich hab dir so gesagt dass die ganz überall welche sie sind dass sie die Spombing direkt oben drauf haben so musst ihr hier hier sagen du ich glaub der ist irgendwo hier bei mir drüben ich find's auch nix im Südwesten aber hier war zumindest vorhin einer aber ich glaub der ist schon weg ja ja sieht so aus der ist weg wenn ich so weiter mach dann hol ich bald die KD wieder auf ich schaff gar mit der Bomb-Bomb-Kanone ne gehaltene KD zu schießen also ich mach jetzt grad nicht mehr ein Minus ich halt mich grad wirklich so ich hab mich sogar ein bisschen gesteigert gerade in den letzten Leben also von dem her so langsam glaube ich bin ich eingespielt wieder so ich hab die Spombing entfernt weil die Bomb-Bomb-Kanone ist halt echt ne Skill-Waffe ja klar ich spawne ein Fahrzeug und dann kommt so ein Scheiß-Innie von hinten mit Hellfeuerraketen und töte mich instant das ist das Thema ich werd besser ich werd's nicht sagen sollen ich hab's nicht gesagt ich hab's nicht gesagt da kommt ein Sanderwag von rechts also von Norden kommt ein Sanderwag um die Base rum ein Eischer manning Operation angriffen an den Banus das ist ja noch nuss von links kann heißt ja ein Teil der ganz links ist doof unsere Leute ziehen hier grad Panzer weil sie gesagt haben wir uns an oder ich kriege und ich fahr da mal wieder in die andere Base rüber und versuch da ihren Spawn wieder so ein bisschen das kontrollieren ihren Fahrzeug Spawn und da die Leute so ein bisschen zu snacken du musst einfach so spielen ich hasse solche Spieler die so spielen und du musst es so machen ja wenn du was brauchst ich suche mir jetzt noch meine zwei Banus ja mach das mal kannst du ein Eischer Mining Operation ja ich komm rüber und verteidigen ja oh ja ich glaub nicht dass wir die Base von den Teronern kriegen werden ich hab Apex Genetics grad Spawn Weakon gestellt ja weißt du jetzt ich spawne ja ich hol mir jetzt erstmal die zwei Kills noch wir sind Undercover Missionen ne noch können wir nämlich nicht cappen so jetzt oh jesus christ ist doch viel los oh ich wurde gesichtet ja einer ist an mir vorbeigerannt mit Maske der hat das Bombiken weggemacht ja ich bin bereit kill assist dann kommt der Wichser ja ich steh am Panzerspawne das heißt wenn ich was spawne will dann ist auch vorbei mit ihm fuck komm schon der Wichser wo bist du soll ich den Wich... ah er ist wieder bei mir ähm Tötchen mal kurz mehr Sniper rein halten her止 irgendjemand hat nur geklaut alter die Germsen gast zu spawne ich nicht Fp ich wurde wieder gesichtet ja oh ja ich hab wirklich ja wowowowowowowowowowowowowowowwowowow oh das neue ne welkw dann mach dieigf dann mach das anders